Hallo, vielen Dank für die freundliche Einführung. Ich freue mich auch hier zu sein unter dem Titel Ohne Greenscreen zum Dreamstream. Ich sitze heute tatsächlich hier, weil ich aus meinem Büro das mache, vor einem Greenscreen. Ich werde auch mal wieder versuchen, lokal aufzuzeichnen. Aber es geht eben so ein bisschen um eher so mobile Setups, mit denen man dann eben auch aus einem Lehrveranstaltungsraum was machen kann. So, und als kleiner Disclaimer, wie immer vorneweg, also ich bin von Hause aus Ingenieur, habe meine Elektrotechnik studiert. Alles, was ich so zum Thema Hochschildaktik mache, habe ich mir eher autodidaktisch angeeignet. Das bringt so ein bisschen mit, dass ich eben keine Berührungsängste vor Technik habe und ja, oftmals vielleicht ein didaktisches, pädagogisches Problem auch versuche erstmal eben erstmal mit ein bisschen Technik zu erschlagen. Aber ich, ja, also es wird auch um einen Haufen Technik-Sachen gehen, aber auch sicherlich dem Titel der Konferenz gerecht um ein paar soziale und möglicherweise auch intelligente, kompetenzorientierte Aspekte. Okay, ich habe diesen Vortrag oder sagen wir mal so, dieses, diese Idee, Sachen live zu streamen aus dem Lehrveranstaltungsraum, kommt so ein bisschen aus der Corona-Zeit. Da nannte man das Hybridlehre, war mit Leuten im Raum verbunden und mit Leuten über eine Videokonferenz, über die es dann noch ein bisschen mehr interaktiven Austausch gab, als jetzt über so einen Stream und den dortigen Chat. Und um so dieses Konzept von so hybriden Lehrformaten darzustellen, habe ich immer ganz gerne diese Folie hier verwendet. Hallo Spencer, wer das kennt, diese Kinderserie aus den 80er Jahren. Da gab es dieses Studio von Spencer und da gab es so ein Videophon, mit dem konnte man sich da mit allen Dorfbewohnern unterhalten. Und letztendlich ist das genau das, was wir unter so einem hybriden Lehrformat verstehen. Und ja, so zum Ende der Pandemie und jetzt eben so, gibt es tatsächlich relativ wenig Notwendigkeit von Studierenden, so ganz synchron über eine Zoom-Konferenz oder BigBlueButton oder was auch immer, Webex verbunden zu sein. Aber dieses Aufzeichnen von Lehrveranstaltungen oder von den Inputphasen oder eben so ein Livestream davon, der hat sich doch bewährt. Und darüber möchte ich gerne so ein bisschen berichten. Und ich fange mal an mit ein paar Formaten und Erfahrungen. Womit ich tatsächlich angefangen habe, war eigentlich ein ziemlich aufwendiges Format. Noch im Sommersemester 2021, also die Unis waren eigentlich noch zu wegen der großen Ansteckungsgefahr. Und da habe ich mir überlegt, okay, wenn man das jetzt aber irgendwie draußen macht, abseits von geschlossenen Räumen, kann das ja alles nicht so gefährlich sein. Habe dann in einer Nacht- und Nebelaktion so einen kleinen Haken an eine Rückwand einer Garage auf dem Campus gebohrt, wo man dann eine Flipchart anbringen konnte. Weil für uns in Elektrotechnik sind eben so Formeln, Skizzen, Schaltbilder ganz wichtig. Also nur auf der Audiospur kriegt man nichts rüber. Habe eine Kamera dahingestellt und war dann mit ein paar Leuten vor Ort und eben ein paar Leuten in Zoom verbunden. Dann gibt es einen längeren Blogartikel hier, Folien teile ich sehr gerne im Tag an. Dann haben wir so ziemlich viele hybride Verteidigungen gemacht von Abschlussarbeiten, von Promotionen. Gibt es auch einen Blogartikel zu. Dann war ich noch, also wir hatten eine längere Kooperation mit einer Uni in Russland. Da war das auch so, Studierende konnten irgendwie nicht vor Ort sein. Teilweise krankheitsbedingt, teilweise weil sie irgendwo anders waren. Und dann hat mir so eine Studentin vorhin eine E-Mail geschickt und gesagt, ja, Magdowski, bitte wundern Sie sich nicht. Da sitzt dann ein Student mit einem iPad in der ersten Reihe und der filmt sie die ganze Zeit. Das ist wichtig, weil damit ich mir das dann auch angucken kann, ob das ein Problem für mich wäre. Eigentlich gesagt, nee, das ist kein Problem, aber ich kann das auch mit meinem eigenen Equipment und meinem eigenen Mikrofon und so filmen. Dann wird das vielleicht von der Qualität ja auch ein bisschen besser. Und das habe ich dann auch gemacht. Gibt es ja noch bei Twitter auch ein paar Infos drüber. Oder dann, um so diese hybriden Formate auszuprobieren, was eben super gut geht, um mal so Erfahrungen zu sammeln. Es ist einfach zwei Räume auf einem Flur miteinander verbinden. Das haben wir auch in der Corona-Zeit gemacht, weil man nicht so viele Leute in einen Raum setzen durfte. Und wenn dann was technisch eben mal nicht funktioniert, dann geht man einfach einen Raum weiter oder zwei Räume weiter fix das Problem und kann weitermachen. Auf jeden Fall zum Erfahrungen sammeln ziemlich gut. Und dann ist so, das ist schon jetzt so fast post-Corona, würde ich sagen, das sind so dann die typischen Sachen aus einem großen Hörsaal. Da sieht man, dass ich da ein Laptop, ein Schreibtablet habe, eine Kamera, eine Dokumentenkamera, lauter so Sachen. Wer jetzt so sich mit Zoom auskennt, sieht man da im Hintergrund, das ist auch noch irgendwie Zoom-Oberfläche. Also da haben wir das Ganze noch per Zoom gemacht und dann habe ich einfach wahllos ein paar Bilder für unsere internationalen Studis, eine hybride Übung. Da haben wir auch noch das Problem, gerade am Anfang des Semesters, dass das mit dem Wieso manchmal sehr lange dauert und dann die Leute eben auch sagen, ja, können wir, gibt es da nicht irgendwie eine Möglichkeit, dass ich mich von extern zuschalten kann? Ja, und wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Hier ist es, das ist leider in diesem Raum hier, so kann man auch hinten sehen, da steht so ein Beamer auf dem Tisch. Dieser Raum an der Uni ist leider noch nicht mal mit einem Beamer ausgestattet. Da muss man dann wirklich teilweise recht viel Technik in den Raum tragen, vorher aufbauen, abbauen, damit das funktioniert. Ich habe meine ganze Technik, kann ich jetzt zeigen, wenn man so Pedi-Cases, die sind sehr robust. Auf die Kamera, die man hier sieht, gehe ich gleich noch ein. Und ja, so Workshops machen wir auch, versuche ich auch immer irgendwie eine Aufzeichnung zu machen. Also ich habe jetzt einfach wirklich random Bilder aneinander gereiht, wo man immer sieht, wie ich dann so ein improvisiertes Setup in irgendeinem Lehrveranstaltungsraum bei uns habe. Und noch ein letztes Bild. Hier sieht man auch mal so diese Pedi-Cases. Ja, also so ungefähr sieht das aus, so kann man sich das vorstellen. So, dann können wir ein bisschen auf Technik schauen. Und da ist aus meiner Sicht erstmal der wichtigste Punkt, Audioqualität schlägt Videoqualität. Also man kann irgendwie das beste Kamerabild der Welt haben, wenn man ein schlechtes Mikrofon hat und schwer zu hören ist oder schwer zu verstehen ist. Oder man sich so anstrengen muss, um dann was zu verstehen, ist das einfach total ermüdend und macht nicht wirklich Freude dazu zu hören und zuzuschauen dann auch. Also man sollte erstmal auf eine ziemlich gute Audioqualität achten. So, wie kriegt man die hin? Mit Sicherheit nicht, indem man das interne Mikrofon von einem Laptop benutzt. Da muss man einen sehr guten Laptop haben, der darf keine Lüfte haben und so, dann geht das vielleicht. Was dann schon immer nochmal die bessere Alternative ist, man nimmt das Mikrofon einer Webcam. Ich kann jetzt mal versuchen, also in meiner lokalen Aufzeichnung wird man das nicht hören, aber ich habe jetzt mal auf das Mikrofon von der Webcam hier vor mir umgeschaltet. Vorher habe ich hier in so ein, kann ich ja mal kurz hochschieben, in so ein Podcasting-Mikrofon hier reingesprochen. Das sollte jetzt irgendwie nicht mehr ganz so toll klingen, weil das einfach mehr Raumhalle aufnimmt. So, dann was man auch nutzen kann, sind so Headsets. Ich habe mir auch mal eins hingepackt, so zum Testen. Ich schalte mal auf das Headset um. Nochmal so zum Test. Das ist jetzt das Headset. Das klingt wahrscheinlich auch ganz okay, aber das klingt relativ trocken. Also das nimmt eben wirklich nur so direkt das vom Mund auf. Ist ziemlich gut da drin, irgendwie Störgeräusche von außen aus zu blenden, aber klingt in meiner Erfahrung immer einfach so ein bisschen, ja, sehr künstlich, irgendwie zu gut fast. So, und das, was ich eben am liebsten verwende und darauf schalte ich jetzt mal um oder ich, ja, sind solche Lavalier-Mikrofone, so Ansteck-Mikrofone. Und darauf schalte ich mal um. Das sollte dieses hier sein in der Liste. Und die kann man sich eben, ich habe heute leider ein T-Shirt an, da funktioniert es nicht so gut. Am besten ist, man hat ein Polohemd oder ein Hemd an, dann kann man das da mal festmachen. Und die bieten meines Erachtens nach den besten, okay, das ist ein wenig übersteuert. Das kann gut möglich sein, das habe ich jetzt vorher nicht so getestet. Und Dietmar Zenk hat schon geschrieben, das sieht nach einer OBS-Bot-Cam aus. Genau, da gehe ich auch gleich drauf ein. Ja, also muss man natürlich vorher irgendwie mal gucken, wie die Mikrofone auch ausgesteuert sind. Und so, ich switch mal wieder zurück auf mein eigentliches Tisch-Mikrofon. Sag auch mal das Headset wieder weg. Also das so vielleicht mal irgendwie als Vergleich. Ich mag solche Einsteck-Mikrofone am besten, aber natürlich mit Funk und nicht Kabel gebunden, weil man möchte sich ja frei im Lehrveranstaltungsraum bewegen können. So, dann was noch dazu kommt, dass man auch wirklich so ein bisschen Mikrofondisziplin braucht. Also wenn es Fragen aus dem Publikum gibt, man die mit aufzeichnen möchte, dann muss man natürlich auch warten, bis dann ein Mikrofon bei der Person ist, die gerade spricht. In so einem Stream möchte man das ja vielleicht gar nicht haben. Dann wiederholt man als Lehrperson die Frage nochmal. Oder dann muss man die auch tatsächlich irgendwie wiederholen, damit dann auch die Antwort irgendwie sinnvoll ist. Und ja, wenn man natürlich den Studierenden ein Mikrofon in die Hand drückt oder ihnen zuwirft, sollte man sich vorher bei ihnen das Einverständnis geholt haben, dass dann auch die studentische Stimme auf der Aufzeichnung auf so einem Livestream zu hören ist. Ja, und schlechte Audioqualität vergleiche ich dann in so einem Stream oder in einem Video immer so ein bisschen wie so schlechten Atem in so einem Präsenz-Meeting. Also für einen selbst ist es nicht schlimm, für alle anderen ist das so ein bisschen nervig. Und je nachdem, wie nah man dann dieser Person steht oder vielleicht auch nicht, traut man sie sich darauf anzusprechen oder eben auch nicht. Ja, so, die Mikrofone, die ich gern verwende, verwendet habe, ist so ein Holly Lindlark 150. Das hat mir mal ein Kollege vom David Lohner, der Andreas Hexauer, den ich ja auch erwähnen kann, auch ein großer Video- und Hybridlehre-Experte vom KIT empfohlen. Also das hat so einen Empfänger, zwei Sender, gibt es in so einer Ladeschale und man packt das einfach rein, dann schaltet sich das aus, man nimmt das da raus, das schaltet sich an und auf dem Weg von einem Lehrveranstaltungsraum über die Mensa in den nächsten Lehrveranstaltungsraum lädt sich dieses Mikrofon nach, sehr praktisch. Einziger Nachteil an dem Ding, das hat nur einen analogen Klinke-Ausgang. Wenn man jetzt, so wie ich, irgendwie auch ein modernes Smartphone sich irgendwann mal gekauft hat, dann haben die natürlich immer nur einen USB-C-Eingang. Und das heißt, ich habe mir nochmal ein anderes Mikrofon irgendwann gekauft, auch von der gleichen Firma, einen Holly Lindlark Max. Da sieht man, das hat auch diesen Empfänger, der geht dann per USB ans Handy oder an den Laptop, hat auch zwei Sender. Die haben auch so abnehmbare Windpuschel, mit denen man draußen was machen kann und eben so eine ähnliche Ladeschale. So, wenn man jetzt noch ein bisschen auf Kamera schaut, dann ist immer gutes Licht, besser als eine gute Kamera, eine gute Ausleuchtung und auch so die Perspektive. Also wir haben gerade in den großen Hörsänen bei uns schon eingebaute Kameras, die sind aber meistens sehr vandalismus- und diebstahlsicher, so irgendwo an der Decke oder ganz hinten im Raum angebaut und haben dann eine sehr ungünstige, aus meiner Sicht nicht sehr einladende Perspektive. Also möchte man aus solcher Perspektive irgendwie einer Lehrveranstaltung zuschauen, über längere Zeiten. Also klar sieht man, was da passiert, aber so ganz toll ist das nicht. Und deshalb habe ich eben diese im Chat schon angesprochene OBS-Bot-Kamera, das ist so eine Tracking-Kamera, die kann man auch mit ein paar Gesten steuern, rein und raus, soll man dieses Tracking beenden, die geht per USB an den Rechner ran, dieses Netzteil, was dazu ist, braucht man eigentlich nicht, die wird auch über USB gespeist, wenn man einen guten Laptop hat und die stelle ich dann einfach auf ein Stativ, so wie man das da in den vorherigen Fotos gesehen hat, relativ dicht vor mich. Dann zeige ich in der Elektrotechnik auch ziemlich gern irgendwie Experimente. Dafür habe ich verschiedene Dokumentenkameras, die sind eben super praktisch, um irgendwelche, naja, tatsächlich physikalischen Artefakte dann irgendwie auch in den virtuellen Raum rüber zu holen, gibt es in ganz klein und mobil und eben auch in besserer Bildqualität und ein bisschen größer. Und ansonsten, ja, Monitore, viele Monitore sind total nützlich. Leider hat man am Laptop immer meistens nur einen, da muss man irgendwie alles auf diesen einen Bildschirm pressen. Ich freue mich jetzt hier, dass ich vor so einem Zwei-Monitor-Setup sitze, sodass ich meine Folien und sozusagen so eine Kontrollansicht hier habe. Also ich würde es feiern, wenn in jedem Lehrveranstaltungsraum irgendwie noch ein paar Monitore stehen, die man dann mit seinem Laptop verbinden kann. Und ansonsten, ja, diese Smartports, die man so hat, sind aus meiner Sicht nicht sehr nützlich. Ich nehme gerne so Zeichentablets und eben Handmikrofone, finde ich auch nicht so toll. Ich nehme eben lieber diese Ansteckmikrofone, die kann man auch im Raum ganz gut dann rumgeben, rumwerfen. Wenn man die in einen Tafelschwamm, in einen neuen zum Beispiel reinsteckt, hat man daraus ein super tolles, einfaches Wurfmikrofon gebaut. Auch das ist ein Tipp von Andreas Sechsauer vom KIT. Und das ist so mein typisches Setup, eben auch in so einem Peli-Case, diese Kamera, dieses Mikrofon, die Kabel dazu, die man so braucht. Gibt es auch einen Blogartikel drüber, in dem ich das mal beschrieben habe. So, jetzt muss ich mal gucken, hier ist meine Maus. Ja, und das, was ich jetzt in der letzten Zeit tatsächlich viel verwendet habe, ist so ein sehr minimalistisches Stream-Setup. Eigentlich müsste man sich jetzt in dieser Klemme hier noch ein Handy vorstellen. Das puste ich aber da rausnehmen, um das Foto zu machen. Also, ich nehme ein Stativ, ich nehme Handy-Klemme. Da oben kommt dieser Mikrofon-Empfänger drauf. Und dann gibt es eben zwei Mikrofon-Sender. Einen habe ich, einen habe ich für eventuelle Fragen aus dem Auditorium. Und dann klemme ich da einfach mein Handy rein, gehe in dem Handy auf die Twitch-App und sage jetzt hier, stream in real life. Und dann kann man das auch zum Beispiel recht gut draußen machen und muss wirklich nur sehr, sehr, sehr wenig Technik mitbringen. Höchstens vielleicht ein zweites digitales Endgerät, das man da mal nebenbei auf den Chat schauen kann. Ja, aber nichtsdestotrotz, ich habe hier mal auch ein schönes Zitat so mitgebracht. Man, also früher ist mein Lehrveranstaltungsraum gekommen, hat irgendwie seine Notizen irgendwo hingepackt, hat angefangen zu erzählen und was zu machen. Klar, wenn man jetzt eine Aufzeichnung macht und der Raum eben von sich aus nicht mit einem super guten Setup ausgestattet ist, muss man schon ein bisschen vorher da sein, gerade wenn man noch irgendwelche Interaktionen plant, das eben vorzubereiten. Und deshalb habe ich mal eine Technikaufbau-Checkliste für hybride Lehrveranstaltungen sozusagen auch für Aufzeichnungen geschrieben. Gibt es auch einen Blogartikel drüber, den man dann aus dem Foliensatz sich mal rausziehen kann. Und was ich dann zum Beispiel auch immer gern nutze, ist einfach so eine Windows-Uhr mit so einem Timer, wo ich dann eben einstelle, dann und dann, also ich sehe jetzt hier gerade, ich habe auch noch so fünf Minuten, um hier zu Ende zu kommen. Also dann fängt der Livestream an und dann fängt die Lehrveranstaltung an. Das sieht man im Stream, das sieht man im Raum, dann wissen alle Bescheid. Das ist was, was sich für mich sehr gut bewährt hat, so am Anfang, bevor es losgeht. So, softwaremäßig mache ich, also nutze ich als Plattform erstmal Twitch. Twitch für Livestreams, einfach weil das gut funktioniert. Leute kriegen direkt eine Benachrichtigung auf ihrem Mobiltelefon, wenn sie die von meinem Kanal aktiviert haben. Der Matthias ist wieder live mit irgendwie diesem und jenem Thema und es gibt da automatischen Video-on-Demand für die nächsten zwei Wochen. Und dann kann ich mich eben entscheiden, will ich das da als Dauerkonserve veröffentlichen auf Twitch, was nicht so toll funktioniert, oder ich lade es von da runter und veröffentliche es dann auf meinem YouTube-Kanal. Und den YouTube-Kanal nehme ich ebenso für Aufzeichnungen von Live-Lehrveranstaltungen, aber auch für Videos, die ich jetzt hier so wie jetzt gerade in meinem Office-Studio hier produziere. Softwaremäßig, früher habe ich das viel über Zoom gemacht, eben wie in dieser Hybrid-Parallelsynchron-Geschichte. Mittlerweile mache ich das mehr über OBS, über OBS-Studio. Das sieht dann so aus, es gibt eine Oberfläche, in der kann man eben verschiedene Quellen, also im einfachsten Fall hier eine Bildschirmfreigabe und eine Kamera zusammenmischen, sieht den Ausschlagpegel, Aussteuerungspegel von seinem Mikrofon und kann dann Stream und eine Aufnahme starten. Sehr komfortable Software. Man kann da auch Untertitel zum Beispiel einbinden. Und dann nehme ich immer ein so ein Bild, gehe auf diese schöne Internetseite, Free Online Image Editor, kann man bestimmt auch tausend andere nehmen, um damit so ein Thumbnail zu erstellen für das Video, also so ein Vorschau-Bild. Das ist tatsächlich, da würde mir jetzt unsere vorherige Sprecherin zustimmen, ziemlich wichtig für den Algorithmus. Also Videos, wo sich jemand die kleine Mühe gegeben hat, so ein Vorschau-Bild zu erzeugen, werden eben ein bisschen höher gerankt. Und was noch aus meiner Sicht, also das ist für den Algorithmus wichtig, aber für die Studierenden total wichtig, wenn man da so Kapitelmarken hinzufügt, gerade bei ein bisschen längeren Videos, wo man dann eben draufklicken kann, dann macht YouTube in dem Fenster eben so kleine Vorschau-Marken und dann kann man sagen, jetzt ich will mir nur die Dioden-Kennlinie angucken, dann klicke ich eben direkt auf dieses Kapitel in einem längeren Video. Und natürlich sollte so ein Video auch eine gute aussaherkräftige Videobeschreibung haben, vielleicht auch mit Links, irgendwelchen Tools, die man benutzt hat, wenn ich Quelltexte erstellt habe, Matlab-Octave, LTSpice-Modelle, dann biete ich die da auch immer zum Download an und dann kann man auch noch so einfach Metadaten, Text, Schlüsselwörter, Keywords ergänzen, die dann wieder helfen, dieses Video in einer Suche ein bisschen besser zu finden und tatsächlich helfen mir die auch. Ganz schön, weil wenn man jetzt über die Jahre etliche Videos erstellt hat, dann fragt man sich manchmal, eigentlich habe ich doch, kann ich mich erinnern, habe ich doch schon mal zu diesem Thema irgendwie ein Video gemacht und dann suche ich sozusagen selber anhand dieser Schlüsselwörter meine eigene Datenbank und finde das dann meistens hoffentlich auch relativ schnell. So, und jetzt kann man sich natürlich fragen, wie kann man damit jetzt irgendwie noch weiter machen? Ja, also was bieten so Livestreams und Aufzeichnungen für Chancen, also gerade so für Kooperationsstudiengänge? Wir haben jetzt in Sachsen-Anhalt seit einem Jahr einen Kooperationsstudiengang AI Engineering, KI für die Ingenieurwissenschaften mit allen Hochschulen im Land, wo man sich an jeder Hochschule einschreiben kann. Und natürlich wird man dann nicht für ein Seminar, was in Magdeburg mal einmal stattfindet, dann irgendwie nach Magdeburg fahren. Also muss man sowas hybrid als Aufzeichnung, als Stream irgendwie so anbieten. Summer Schools kann man damit sehr toll denken. Und es muss ja auch nicht heißen, dass dann alle immer die ganze Zeit vor einem, alleine, vor einem einzelnen Monitor sitzen, sondern natürlich kann man sich auch in der Lerngruppe treffen, ja, und dann gemeinsam eben irgendwie einen Stream schauen oder ein Video schauen oder sich in ein anderes Meeting einwählen und dann trotzdem lokal in der Lerngruppe diskutieren. Also ich glaube, also Aufzeichnungen und Streams können auch eine supergroße soziale Komponente haben, die wir bisher, glaube ich, total wenig beachten, weil wir immer so denken, oh Gott, dann sitzt jeder alleine in seinem Zimmer und guckt sich das an und ich als Lehrperson muss die ganze Zeit nur in schwarze Kacheln schauen. Nee, nee, also so ist es nicht gedacht, ja. Und Barrierefreiheit ist für mich noch so ein Riesenpunkt. Also Untertitel gehen, Leute, die schwer hören können, können sich das beliebig laut stellen. Leute, die schwer schlecht gucken können, die können sich auch auf beliebig großen Monitoren anschauen. Unsere internationalen Studierenden sagen immer wieder, sie können, wenn Deutsch die Zweit- und Zusatzsprache ist, können sie sich das ein bisschen langsamer anschauen oder zweimal, dreimal anschauen, bis sie es verstanden haben. Und das hilft, glaube ich, schon sehr viel. Dann gibt es gerade die Frage, habe ich eine Hilfskraft als Moderator im Chat? Nee, ich habe, also bei Twitch habe ich den Chat relativ restriktiv eingestellt, dass alles, was irgendwie komisch aussieht, erst mal rausgefiltert wird. Problem ist, dass viele, also unterschiedliche Lehrveranstaltungen haben unterschiedliche Zielgruppen von Studierenden und dann ist es eben schwierig, in jedem Modul immer eine feste Person zu haben, die sich irgendwie um den Chat kümmert. Aber tatsächlich ist es so, dass in dem Chat dann ja relativ wenig funktioniert, relativ wenig passiert. Also die meiste Interaktion hat man schon mit den Leuten im Raum. Da kommen definitiv auch die meisten Fragen. Im Chat kommt auch ab und zu mal was, aber ich habe auf jeden Fall nicht das Problem, dass der Chat die ganze Zeit irgendwie mit ganz vielen seltsamen Sachen voll gespammt wird. Es bleibt trotzdem, und da zielt die Frage schon mal in die richtige Richtung, es bleibt trotzdem super anstrengend, weil man als Lehrperson eben irgendwie super viel Multitasking macht. Also die Technik muss funktionieren. Ich muss mich auf den Inhalt der Lehrveranstaltung konzentrieren. Ich muss irgendwie im Zeitrahmen bleiben und dann habe ich da vielleicht noch einen Chat, auf den ich nebenbei gucken muss oder auf irgendwelche anderen Tools. Das ist schon anstrengend. Man muss sich dann auf seine Technik auf jeden Fall schon mal relativ gut verlassen können, dass die eben problemlos funktioniert. Dann hat mal, das fällt mir gerade seinen Namen nicht ein, Johannes Giltz, glaube ich, ein, also die hat einfach viele Social-Media-Beiträge von mir mal zusammengefasst zu einem Blogpost mit vielen weiteren Tipps und Tricks. Den kann man sich dann auch aus dem Foliensatz mal anschauen. Und ich habe dann vielleicht, ja, sieht man schon auch eineinhalb Jahre her, mal einen Blogartikel geschrieben. Also jetzt gar nicht so sehr im Fokus auf Aufzeichnen, aber warum eben so diese synchrone Hybridlehre bisher noch nicht so richtig gut funktioniert und was man auch ändern müsste. Und ein Punkt wäre mit Sicherheit, dass man eben die Räume an den Universitäten besser ausstatte, dass man nicht jedes Mal mit so einem riesen Koffer an Technik dahin gehen muss, den aufbauen muss und wieder abbauen muss, sondern wohin geht, sozusagen ein Schalter hat, womit das Licht angeht im Raum und einen zweiten Schalter hat, mit dem man sagt, jetzt Hybrid-Meeting, Aufzeichnung läuft, feuerfrei funktioniert. Ja, und die andere Sache ist dann, dass man Lehrpersonen natürlich trotzdem dazu bringen muss, die dann zu nutzen. Also auch bei uns an der Fakultät höre ich ab und zu mal das. Ah, nächste Woche, da ist doch hier irgendwie diese Sitzung, können wir das Hybrid machen? Da bin ich auf Dienstreise, sonst kann ich ja nicht mitmachen. Und zehn Minuten später sagen einem die gleichen Leute, aber nee, also meine Lehrveranstalt, die biete ich nur in Präsenz an und ja, wer da nicht kommen kann, der hat leider Pech gehabt. Und also ja, dieses etwas zwiespältige Verhältnis würde ich auch gerne auflösen und ja, damit bin ich am Ende und freue mich auch noch auf weitere Rückfragen. Dankeschön. Okay, es gibt, vielen Dank im Chat, vielen Dank zurück. Und kann auch ein BigBlueButton-Problem sein? Ja, also Zoom ist tatsächlich relativ gut darin, wenn man das da eingestellt hat, so ein Auto-Leveling zu machen. Also wenn man zu leise ist, macht es einen ein bisschen lauter, wenn man zu laut ist, macht es einen ein bisschen leiser. Ich bin BigBlueButton, kann man das irgendwie nicht einstellen oder zumindest habe ich diesen Knopf noch nicht gefunden. Ja, und also Zoom jetzt, ich will keine Werbung für Zoom machen, aber Zoom ist auch relativ gut, Hintergrundgeräusche rauszufiltern und auszublenden. Anekdote habe ich vorhin auch schon im Hauptraum kurz zu Beginn erzählt. Wir hatten mal einen Kollegen, der wollte so ein Entladungsexperiment, Hochspannungsentladung zeigen. Man hat ihn wunderbar verstanden, man hatte, es gab auch extra ein Mikrofon, was dann diese Entladungsstrecke, wo es dann eben so einen Blitz gibt und so einen Knall sehr charakteristisch hören sollte und man hat einfach in Zoom überhaupt nichts davon gehört, weil Zoom gesagt hat, Knall ist keine Sprache, das filter ich aus. Mir muss dann wirklich einige, also erstmal auf die Idee kommen, dass es jetzt kein Mikrofonproblem ist oder sowas oder dass die Funkübertragung von dem Mikrofon jetzt in dem Moment gestört ist, sondern Zoom hat das einfach ausgeblendet, sobald man in Zoom dieses Original-Audio für Musiker aktiviert hat und die Rauschunterdrückung oder Hintergrundgeräuschunterdrückung oder so deaktiviert hat, dann hat man eben dieses Entladungsgeräusch ganz wunderbar gehört. Okay, und dann gibt es noch eine weitere Frage. Haben Sie Erfahrung damit gesammelt, Studierende und Externe zusammenzubringen? Findet da Austausch statt? Also was wir häufiger mal machen, gerade so in Modulen im Master, ist, dass wir externe Referenten einladen, dann meistens auch über eine Zoom-Konferenz und das heißt, wir sitzen, ich sitze mit Studierenden im Raum und wir holen uns einen externen Referenten dazu und machen das Zoom-Meeting dann trotzdem auch so auf, dass auch noch andere Studierende aus anderen Modulen oder die irgendwie sonst technisch daran Interesse haben oder inhaltliche Interesse haben, sich da zuschalten können und das funktioniert typischerweise ziemlich gut. Also da gibt es dann viel Austausch im Raum, es gibt auch viel Austausch über den Chat und was immer so ein bisschen hilft, ist, also wenn es da zum Beispiel, ich kann mich erinnern, vor einem halben Jahr hatten wir sowas, da hat jemand über Ferritter oder über Filter für elektromagnetische Verträglichkeit gesprochen und wenn das dann nur über eine Videokonferenz ist, dann ist das ja immer so ein bisschen schwierig zu greifen, ist das jetzt klein, ist das jetzt groß, ist das leicht, ist das schwer, wie sieht das aus und dann habe ich immer so ein bisschen Equipment da oder einfach so ein paar Samples, die ich dann mit in dem Raum auf den Tisch packe, sodass man dann, ja, nochmal so eine analoge physikalische Komponente da drin hat und sagt, ach so fühlt sich das an, ach so, jetzt habe ich das in meiner Hand gehalten, jetzt kann ich mir das auch darunter vorstellen, was ich da jetzt auf dem Foto oder sozusagen in dem Foliensatz über eine Videokonferenz gesehen habe. Genau, und das Blog heißt matiasmagdowski.wordpress.com Also man findet mich auch auf eigentlich fast allen sozialen Netzwerken und eigentlich immer unter Klarnamen. Ich kann, genau, da hat eine Person das auch schon freundlicherweise in den Chat getan. Und Akustik, es gibt noch eine Frage, zur Akustik ist Akustik auch ein Thema? Also es gibt einige Räume der Uni, gerade in den neueren Gebäuden, da gibt es zum Beispiel so eine Akustikdecke, das kennt man so, das sieht so aus wie Gipskarton, wo so einen regelmäßigen, sehr regelmäßigen Abstand Löcher drin sind und manchmal gibt es so Akustikpaneele an den Wänden. Nichtsdestotrotz würde ich behaupten, dass die meisten Räume keine wahnsinnig gute Akustik haben, sondern immer sehr hallig sind und so sehr, man spricht in einen Blecheimer, gerade wenn die dann auch einen reinigungsfreundlichen Fliesenboden zum Beispiel haben. Also wenn man so einen Teppich oder so einen Nadelfilz hat, das hilft dann auch schon mal ungemein. Ja, und da ist es dann auch wieder ganz gut, wenn man eben so dieses Lavalier-Ansteigmikrofon hat, dann den Ton relativ dicht am Mund abnimmt, dass man wenig der Raumakustik hat. Ansonsten in den großen Hörsänen gibt es auch immer mal das Problem, dass man natürlich dann ein Hörseilmikrofon hat, sodass man eben auch laut im Hörseil zu hören ist und so ähnlich wie bei dem Video vorhin von dem asiatisch anmutenden Avatar, wo zumindest ich die Stimme doppelt gehört habe. Also dass man dann eben auch einmal die Stimme direkt hört und etwas leiser, aber trotzdem irgendwie hörbar, dass über das Hörseilmikrofon und über die Lautsprecher wieder abgegebene Geräusch. Und da kann man tatsächlich natürlich auch nicht viel gegen machen dann. Dann denke ich, habe ich von meiner Seite alle Fragen abgearbeitet und da gibt es noch einen Kommentar zum hybriden Setting. Genau, Teamteaching aus der Ferne. Also da sind alle Möglichkeiten offen. Ja, und also ist auch, glaube ich, so ein Henei-Problem. Also man muss die Ausstattung erst mal haben, damit man sie dann auch nutzt. Aber nur, wenn man die Ausstattung hat, nutzt man die auch lange nicht. Und erst, wenn man sie dann nutzt, stellt man fest, was man dadurch eigentlich für Vorteile hat. Eine solche, genau, Mikrofon, deswegen die doppelte Schirme. Also eine solche Anekdote. Tim, du unterbrichst mich, wenn wir keine Zeit mehr haben. Also wir haben so ein Projektseminar Elektrotechnik, Informationstechnik, wo Studierende was aus Lego bauen sollen und dann programmieren und eigentlich sollen sie dabei programmieren lernen. Und das haben wir natürlich immer von der Uni aus gemacht und in der Corona-Zeit ging das nicht. Und dann haben wir gesagt, okay, wir wollen das nicht ausfallen, lassen. Wir machen das als Homelab. Wir leiten die Studierenden per Videokonferenz an und die sitzen dann alleine oder zu zweit in einer Infektionsgemeinschaft ihrer Wahl zu Hause, bauen diese Lego-Sachen, programmieren die, wir vernetzen uns über Social Media und eben über Videokonferenzen. Und das hat super gut funktioniert und die Studierenden haben eben angefangen, ganz viele Sachen bei sich zu Hause irgendwie mit in das Projekt einzubauen. Also die haben dann einen Bewässerungsroboter gebaut für die Fensterbank oder die haben einen Roboter gebaut, der ihre Kaffeemaschine bedient und ihnen einen Kaffee kocht oder sowas. Und das sind tolle Ideen, auf die wir vorher nie gekommen wären, die aber eben so durch dieses, wir machen das jetzt woanders oder wir machen das jetzt in so einem hybriden Setting. Und also mein Mantra ist immer, man muss das auf jeden Fall mal ausprobieren ausprobieren und dann stellt man fest, ob das jetzt besser, schlechter funktioniert. Das ist auf jeden Fall erstmal immer anders. Ja, also nur weil man dann die, keine Ahnung, wer das gesagt hat, the medium is the message, ja, das spielt da auf jeden Fall schon mit rein. Höterstück